Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Raritäten-Video. Ja, heute im Test die Vesuvulkane von Niko Feuerwerk. Sind noch nicht ganz so alt, aber doch schon etwas älter. Das kann man auch am Design erkennen. Ja, so sehen die Teile aus. Mal zum Vergleich zu meiner Hand. Halb so groß ungefähr wie meiner Hand. Und wir testen jetzt einfach mal zwei Stück von denen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test. Sehr schöner Effekt für die Größe des Vulkans. Und noch den zweiten. Sehr schön, was aus den kleinen Teilen rauskommt. Ja, zu sprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017